Allein fünf Millionen leben in Deutschland. Wölfe nur noch einige Tausend weltweit. Fiete könnte mit seinen wilden Verwandten noch Nachwuchs zeugen, theoretisch zumindest. Wahrscheinlicher ist, dass er unter den Wölfen als Frühstück endet. Zu verschieden sind Kommunikation und Lebensweise. Hund und Wolf stehen am Beginn einer Aufspaltung in zwei getrennte Arten. Nur der Mensch verhindert die endgültige Trennung, indem er immer wieder Wölfe in Hundelinien einkreuzt. Der Mensch hat also doch einigen Einfluss auf die Entstehung neuer Arten. Greift der Mensch denn auch auf anderen Gebieten in den Lauf der Evolution ein? Welche könnten das sein? Menschen haben immer in den Lauf der Evolution eingegriffen, machen auch Tiere auch. Man muss sich ja vorstellen, ein Raubtier züchtet ja in gewisser Weise, das ist zum Beispiel ein Gepard, der schnell läuft, züchtet, greift in die Evolution der Gazellen ein, dadurch, dass er immer die, die am langsamsten sind. Ist und fangen kann. Das heißt, Menschen haben auch früher schon eingegriffen. Wenn man sich durch Brandrodung und solche Dinge, haben auch Jäger und Sammler schon gemacht, weiß man von Australien, dass schon auf der Jäger- und Sammlerebene es zum Aussterben ganz vieler Tierarten kam. Wir haben Mammuts hier zum Beispiel in Europa. Wenn man sich überlegt, hier vor 30.000 Jahren, hier gab es Höhlenlöwen, hier gab es Wollnashörner, Mammuts, Höhlenbären sind ja alle verschwunden und ganz höchstwahrscheinlich durch den Eingriff der Menschen, die eben die Konkurrenz, also konkurrierende Raubtiere eben ausgerottet hat oder denen eben die Nahrung praktisch weggejagt hat. Also teilweise greift er bewusst ein, teilweise aber auch unbewusst, indem zum Beispiel heutzutage er fremde Tierarten, ohne es zu wollen, hier mehr oder weniger aus Versehen einschleppt. Auch das sorgt ja für eine völlig veränderte Tierwelt und dadurch auch einen Selektionsdruck. Das heißt, Menschen haben das wie gesagt immer gemacht. Das Problem ist heute natürlich, dass das im globalen Maßstab ist und dass es sozusagen keine Rückzugsgebiete für die Natur mehr gibt. Wenn man sieht, was in Brasilien oder Malaysia eben passiert, das ist eigentlich das Problem. Nicht, dass Menschen irgendwo eingreifen vielleicht, sondern dass es so auf dieser breiten Ebene ist, ohne Möglichkeiten für die Arten sich eben zurückzuziehen. Wie gut sich die Organismen einander anpassen in der Entwicklung oder sich auch auf bestimmte Lebensräume einrichten, das können wir uns vielleicht mal da vorne angucken. Vielleicht beginnen wir mal mit der Anpassung an den Lebensraum. Wenn wir uns mal diese beiden Pflanzen hier angucken, perfekt an trockene Gegebenheiten angepasst, oder? Genau, die eine stammt aus Südamerika und die andere ist aus Europa, Asien. Das heißt, die sind unabhängig voneinander entstanden und was man hat, ist eben eine Verdickung des Stammes oder der Blätter, um Wasser zu speichern. Also die Anpassung an die Umwelt. Das nennt man nach Darwin die natürliche Auslese. Dann vielleicht ein Beispiel, das auch damals zu Darwins Zeiten für Empörung gesorgt hat, nämlich so eine fleischfressende Pflanze. Ich wollte, dass sie sich schließt, aber... Ah, jetzt da, da sieht man es. Da haben sich Organismen aneinander angepasst. Na ja, das kann man da noch nicht sagen, denn die Fliege hat sich ja nicht an diese fleischfressende Pflanze angepasst. Die ist ja nur ihre Beute. Das war deswegen so interessant, weil Darwin wollte natürlich einen gemeinsamen Ursprung möglichst vieler Organismen. Deswegen hat er sich interessiert dafür, inwieweit Pflanzen so Eigenschaften haben, die auch Tiere haben, sozusagen um die Einheit des Lebens ein bisschen zu zeigen. Und deswegen hat er sich zum Beispiel für Kletterpflanzen, die sich bewegen, oder eben auch für fleischfleißende Pflanzen interessiert, um sozusagen die Übergänge zwischen diesen großen Gruppen wie Pflanzen und Tieren so ein bisschen sich zu verdeutlichen. Aber dann kann man auf jeden Fall bei den Orchideen und den Kolibris, kann man von gegenseitiger Anpassung sprechen, oder? Auf jeden Fall so. Da hat man das. Das heißt, dass diese Orchidee hat jetzt eine ganz bunte Blüte, damit der Kolibri sie auch erkennt und findet. Bietet ihm Nektar, genauso wie bei unseren Insekten natürlich. Und jetzt ist die Körperform des Kolibris und diese Blütenformen sind perfekt aufeinander angepasst. Das nennt man Ko-Evolution. Und nichts anderes ist das auch mit den Menschen und den Hunden oder Wölfen gewesen. Die haben sich zwei Tierarten, die sich sozusagen ergänzen, die sich gegengeben und nehmen und auf diese Weise sich aneinander anpassen. Wir würden natürlich sagen, dass die Wölfe sich eher an uns angepasst haben als wir an sie, aber vielleicht war es auch ein bisschen andersrum. Gut, dann wieder zurück zu Birgit. Ja, das Leben auf der Erde ist fein aufeinander abgestimmt. Einige Menschen glauben daher, dass ein solch kompliziertes System nicht einfach so zufällig entstanden sein kann, sondern dass ein göttlicher Schöpfer dahinter stehen muss. Sie nehmen weiterhin die Bibel wörtlich und glauben nicht an Evolution. Zum Beispiel Angel Diller. Das kleine Schulhaus liegt gleich hinter der Farm. Hier unterrichtet Angel Diller ihre beiden Töchter jeden Tag. Die strenggläubige Christin traut wie ihr Mann den staatlichen Schulen nicht. Heute auf dem Lehrplan die Erschaffung der Welt, das Lehrbuch, die Bibel, Genesis 1. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde und er sprach zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Wir wurden von Gott erschaffen. Er hat das Leben auf die Erde gebracht und wir müssen nach seiner Moralvorstellung leben. Und genau das müssen wir an unsere Kinder weitergeben. Robert und Angel sind Mitglieder einer konservativen Baptistenkirche in Wichita, Kansas. Es ist, als wären die Schiffe der strenggläubigen Gründerväter erst gestern an Land gegangen. Die Gemeinde glaubt wörtlich an die Schöpfungsgeschichte. Diese Überzeugung geben sie auch an die Jüngsten weiter. Der Pastor zitiert genüsslich von der Titelseite der örtlichen Zeitung. Was denken die Bürger von Kansas über die Evolution? Die Umfrage ist eindeutig. Weit mehr Menschen in Kansas glauben an die Schöpfung als an die Evolution. Ist das nicht wunderbar? Die verstörten Liberalen sind schockiert. Und nur, weil so viele Menschen glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Sechs Autostunden südlich, Glen Rose, Texas. Hier wollen die Anhänger der Schöpfungslehre beweisen, dass die Dinosaurier nicht vor Millionen Jahren auf der Erde lebten, sondern vor wenigen tausend Jahren, gemäß der Beschreibung im Alten Testament. Glen Rose ist bekannt für seine Dinosaurierfunde. Im nahen Nationalpark kann man die Spuren der Ungetüme aus der Nähe betrachten. Wenige Meilen flussaufwärts, die christliche Forschertruppe. Ihr Führer, Dr. Charles Bow. Diese Ausgrabungsstätte ist das wissenschaftliche Schlachtfeld der Nation. Wenn wir hier Fußspuren von Dinosauriern finden und menschliche Fußspuren dazwischen oder sogar in ihnen, ist endlich bewiesen, dass Mensch und Dinosaurier gleichzeitig auf der Erde lebten. Wenn wir hier menschliche Fußspuren finden, dann ist die alte Schlacht zwischen Humanismus und Christentum, zwischen Evolution und Schöpfung. Diese Schlacht ist dann vorbei. Aus allen Staaten der USA kommen die Freiwilligen. Keiner hier ist ein erfahrener Archäologe, aber alle teilen eine Überzeugung. Gott hat die Dinosaurier am sechsten Tag erschaffen, zusammen mit den Menschen. Und gestorben sind sie auch nicht durch einen Meteoriten. Alle Fossilien, die wir von Dinosauriern finden, sind im Boden verteilt und von Erde bedeckt. Das kann nur durch Wasser erklärt werden. Die Dinosaurier sind in der Sintflut ertrunken. Zu Noahs Zeiten wurden ihre Überreste auf der Erde verteilt. Der christliche Eifer in der Gluthitze eines texanischen Sommers wird belohnt. Der Ausgrabungsleiter findet, was er für eine menschliche Fußspur hält. Der Abgleich mit dem Fuß des ungläubigen Korrespondenten lässt keinen Zweifel. Der menschliche Vorfahrer, der hier vor tausenden von Jahren zwischen Dinosauriern herumschlich, hatte ziemlich genau Schuhgröße 46. Es gab keinen Urknall, ich stamme nicht vom Affen ab oder gar von Amöben. Ich danke Gott, dass es all diese Beweise gibt. Und natürlich werde ich ihm die Wahrheit lehren. Von der Erde bist du genommen, zur Erde wirst du zurückkehren. Die christlichen Fundamentalisten in Amerika wenden sich kurz vor dem Durchbruch. Für sie steht fest, das Ende der Evolution ist nah. Der Glaube versetzt Berge. Ja, nochmal zusammengefasst, die Kreationisten glauben also tatsächlich, dass Gott alle Lebewesen in sechs Tagen erschaffen haben soll. Und das Ganze soll auch erst 6000 Jahre her sein. Es ist letztlich für unsere Eins kaum nachvollziehbar, dass man das glauben kann. Für Wissenschaftler wahrscheinlich noch viel weniger als für unsere Eins. Gibt es denn auch in Deutschland Anhänger dieser Glaubensrichtung? Ja, gar nicht so wenig. Also ich habe meine Statistik gehört, da sind es etwa 15 Prozent der Bundesbürger nehmen an, dass das so war. Also dass die Arten vor, was weiß ich, 10.000 Jahren oder 6.000 Jahren erschaffen wurden. Man muss sich ja eins überlegen, wenn das stimmen würde, dann würde das ja nicht nur die Evolutionstheorie betreffen, sondern die Geologie. Die Geologie gibt uns ja den Zeitrahmen vor. Wann ist der Grand Canyon beispielsweise entstanden? Wie lange hat das gedauert, bis diese Schichten sich abgelagert haben? Bis der sich wieder eingeschnitten hat? Dann würde die Physik ja nicht stimmen. Die gibt uns ja diesen Zeitrahmen über die radioaktiven Substanzen. Und dann würde die Schichten sich abgelagert haben.